Du lebst mit deiner Familie in einem gemütlichen Zuhause, welches ihr nach euren Vorstellungen eingerichtet und gut abgesichert habt. Hast du dich schon mal gefragt, ob dein Zuhause neben Feuer, Leitungswasser und Sturm auch gegen weitere Unwetterereignisse versichert ist? Denn dafür brauchst du auf jeden Fall eine zusätzliche Elementarversicherung. Elementarschäden können dein Leben in Sekunden auf den Kopf stellen. Mit einer Elementarversicherung schützt du dich vor den finanziellen Folgen, zum Beispiel nach einer Überschwemmung. Und viele weitere Unwetterereignisse sind möglich. Egal ob Reparaturen oder Ersatz für dein Hab und Gut, eine Elementarversicherung bietet dir finanzielle Sicherheit. Und übrigens, die Mehrwetter-App informiert dich zuverlässig im Voraus über drohende Unwetter. Lass dich jetzt beraten und sichere auch du dich ab. Provinzial